Also was brauche ich noch und was muss ich noch machen und... So, ich glaube, das sollte jetzt aber alles gewesen sein. Ah, da seid ihr ja schon wieder. Da habt ihr mich aber am richtigen Zeitpunkt erwischt. Gerade bin ich fertig geworden. Aber wenn ihr eh gerade hier seid, könnt ihr auch einmal kurz mit reinkommen zu einer kleinen Roomtour. Also hier haben wir schon mal die Stube. Gemütlich, oder? Ja, ein bisschen unordentlich, aber das ist ja immer so nach dem Umzug. Hm, wer ist denn das? Oh, ein Zuschauer kommt mich gleich besuchen. Du hast so lange nichts mehr hochgeladen. Unsubscribe. Nein, nicht noch ein Abonnent weniger. Oh nein, was soll ich in meinem Elend nur tun? Ich muss jetzt mal wieder aufstehen und irgendwas Frisches machen. Hm, was will ich tun? Hm, da gibt es nur eine Möglichkeit. Zocken! Hm, die Auswahl ist groß. Was spiele ich denn? Und hier sind wir ja auch schon bei einem Spiel. Und zwar Trickmania United. Denn bei Trickmania Sunrise gibt es da keine Server mehr. Ja, und ich will ein bisschen joggen und deswegen lasse ich das ja mehr oder weniger als Hintergrund laufen. Aber leider spiele ich auch gerade selbst. Also wurde ich mich gerade selbst. Oh Gott, hier geht alles schief, weil man das Server verreckt gerade die Festplatte. Ja, noch eine scheiß Christmas-Festplatte. Oh Gott, wenn man das Server macht, wo muss man hin zur Hölle? Wenn man das Server macht, kaufe ich bloß keine billigen Festplatten. Ich schwöre. Jetzt fuck die, ich spack die Internetverbindung, wo oben hab hier fucking Glasfaser, aber irgendwie funktioniert hier gar nichts. Hä? Achso, du sollst normalerweise nach da. Okay, so ein Scheiß. Jetzt musste ich mich schon mit einem scheiß VPL irgendwo in Frankreich verbinden, damit ich überhaupt so eine Verbindung zum Server aufbauen kann. Ansonsten hat er die ganze Zeit gesagt, Äh, cannot connect to IP, cannot connect, cannot connect. Egal, wer ich nie im selbstständigen Server in dem, wo nichts los ist. Oder auf dem ich eben gerade war. Nein, der kann sich nicht connecten. Ach Gott, ich kann mich jetzt durchdrehen. Danke, es läuft alles schief. Alles schief, ey. Ist wie, wo so schief laufen kann. Aber naja. Ja, das, was ihr vorhin gesehen habt, war ein uraltes Programm, was ich nur damals die Demo hatte, von der Windows 95 CD. Ne, deswegen ist es das Spiel auch aus dem Jahre. 1900, was soll ich sagen, ich finde, wir würden im App. 95. Ne, Scheiß, weil du es das jährige Film besser nicht vorgespielt hast. Letzten Shootbox-Song, Sexy Bitch. No, du bist Sexy Bitch am Wochenende. Trinkt euch die Treffer oder ich muss einfach rüberlabern oder ich muss einfach Stimme schalten. Wir schauen mal, was YouTube sagt. Wenn ihr Musik hört, leichte Mitte und geschaltet, dann, äh, ja, hat es das überlebt. Wenn ich es rausgeschnitten habe, dann hatte YouTube wieder einen in der Waffel und jetzt hat sie gesagt, oh, du musst das rausnehmen. Wir sind die Konten, die Mafia... Ja, und zu langen Sangen habe ich mich auch eingerichtet und jetzt bin ich auch, ah, allein, 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 allein. Und die Person habe ich auch eingerichtet. Man wird das wieder Arbeit. Aber bald geht es erst mal regulär weiter mit den Zusatzvideos, die ich schon mal angesprochen habe. Die ich machen will, irgendwann. Demis. Scheiß, ey. Ich mach das zweimal. Äh, äh, äh. Vorsicheln. Vorsicheln. Über die A5. Scheißbeschilderung, ey. Schlechte Beschilderung. Konwertet, weil Konwerts zu MP3 gucken nicht. Je, wenn das unbedingt ruhig war. Stimmt so ein YouTube-Ging-Seite. Nie mehr gefällt mir nicht, aber ich sag ja, die Mensch, egal, egal, egal. Deswegen heißt es erst mal, erst mal kommt regulär Mittwoch. Und... Was ist das für ein Scheiß? Mittwoch und Sonntag wieder ein Video. Erst mal. Vielleicht. Also ich verloge es jetzt wieder ein bisschen öfter, ein Video zu bringen. Oh, schon wieder. Oh, wollte ich verarschen? Was ist das Scheiß? Jetzt soll ich aber hier rum. Ja, und wie gesagt, wenn ich das hinkriege, dann auch ein bisschen öfter. Ja, und natürlich immer ein bisschen mehr, wenn möglich. Na, naja, wir schauen bei uns mal, worin es das richtig... In welche Richtung das führt. Bei meinem Glück, weil jetzt momentan sowieso alles schief geht, egal, was spielen hier oder die Festplatten oder was weiß ich, werde ich wieder sowieso als dieses krank. Ah, ich sehe schon, komm, ey. Krank sein. Ich war dich ja doch gar nicht krank. Ich will mal wieder der Zeit. Oh ja, fickt euch. Ich glaube, ich kann das auch, wo sind die Kacklöpfschaft. Mit der irgendwie komische Rucke. Ah, wo muss ich hier? Ich hasse Maps, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ziel? Oh ja. Oh Gott, ich bin 20. Platz, wann bin ich gut? Schichtig, scheiße. Ja, das heißt, jetzt mal geht's runter weiter mit und ich bin ja vom Reif. Und dann bin ich bald durch mit. Dann habe ich ja gesagt, dann kommen wir die alten Bonus-Videos. Und eben in Anlage, ich sage, ich werde auch kommen. Und Bluf jetzt auch bald zu Ende. Und ja, 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 natürlich, wenn ich in Bluf jetzt durch bin, kommt das nächste Spiel, was ich synchronisieren werde. Denn irgendwie muss man die Zeit ja rumbringen. ne, ha, 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 ha. Ich könnte das mal durchgehen. Ich sage jetzt mal tschüss, ähm, danke für's zu sehen, falls ihr dieses Video geschaut habt oder ein anderes Video von mir, aber dann ist es wieder ja das Video nicht, dass ihr gekennzeichnet könnt. Ja, aber wieder nur Scheiße. Mann, ich muss, ich fahr Scheiße. Das weht ja nichts hier. Ich war wieder gerade eben auf Bonus 180, ey. Ich kann jetzt nur wegen diesem VPN spielen. Nur wegen diesem VPN aus Frankreich. Mein Frankreicher Freund, ich komme auch in deinem Land, aber nur wieder hin. Ah, und gucken, worauf was an der Festplatte ist. Und ich glaube, das ist eine Festplatte, wo ziemlich wichtiger Stubb drauf ist. Ah, ich habe jetzt zwei Backups davon, aber muss ich die wieder zurückspielen. Dann müssen sie hier theoretisch eine neue Festplatte kaufen, aber ich bin selber und Weihnachtsstaat. Ah, 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 ah Bis zum nächsten Mal.